hallo und herzlich willkommen bei der neuen runde dein painting mit franzi wir painten heute sammeln das tüge ein windspiel mit dem engel von soft art club ich musste jetzt unbedingt nicht finde ich so niedlich die mauer und ich dachte ich nehme euch mit dazu benutze ich auch meinen neuen stift von everday dears der hat schon liegt das die jahre bei den anbocken die außen geschenkt so vollzieht man so schlecht weil ich schon hell hart aber der ist cool das wirklich cool ich poste die zwei links von fast art club und auch für den stift von everday dears die zwei sagen sind voll cool ich bin begeistert ich muss sagen ich bin begeistert ich hoffe ihr habt ganz viel spaß bei dem video ja ich wünsche euch einen wunderschönen tag aber ein daumen nach oben würde ich mich natürlich mega freuen über jeden kommentar und abonnenten auch ich wünsche dir viel spaß bis bald deine franzi 5 und 3 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020